Das tut er jetzt nicht. Was ich sehe, ist, dass es mit der... Nein, Sie sehen es nicht. Sie sehen es nicht. Ich sehe es, wir sind das Land, das in großem Maße mobilisiert und mit 10, 2 oder 3 Deutschland. Nur für Sie. Können Sie verstehen, dass junge Menschen Angst haben? Deshalb machen wir genau das, was ich gesagt habe. Und deshalb ist das eine gute Politik für den Jungen. Das sehen junge Menschen aber anders, Herr Scholz. Eine enttäuschte Generation sind wir. Nicht nur die letzte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.